Ja, hallo allerseits. Heute ist der Montag, 11. März 2024. Gerade habe ich ja hier drüben an der PULS-Klinik Aufnahmen gemacht für mein Video Tell Your Story of Alten Pfaden. Da dachte ich mir, fährst doch mal gleich ein paar Meter weiter. Ist ja nicht weit, man sieht es ja. Ja, an die Stelle, hier ist die Loma-Klinik und gegenüber gab es mal, ich weiß gar nicht, war es vor Corona, während Corona oder irgendwann, in der Zeit gab es hier an dieser Stelle den Loma Night Market. Vielleicht erinnert sich da noch manch einer dran. Ich habe damals auch mal ein, zwei Videos gemacht. Als Lem Morrison dann dort auch auftrat, war ganz nett gewesen, aber irgendwann war er auch platt und existiert er nicht mehr. Und nun wird hier auf dem ehemaligen Loma Night Market gebaut. Man kann es schon ein bisschen erkennen, was es werden wird. Ich habe auch mal nachgefragt und weiß es inzwischen schon. Vorne am Kreisel, rund um die Zeu 33, gibt es da viele Veränderungen. Es sind jetzt neuerdings in der Zeu 33 dann auch die rechte Straßenseite, alles zum Abriss bereits geräumt. Und bis hin zum Kreisel, die ganzen vor einigen Jahren noch neu gestalteten Geschäfte und Restaurants und Bars, was es alles gab, auch alles leer und muss da raus. Also die ganze Ecke wird auch neu gestaltet. Und direkt an der, ja in der Kurve, sag ich mal, Pataya Nuhr zu Naclua Rot gab es ja den Best, oder gibt es noch den Best Supermarket. Und der wird hierher ziehen. Das hier wird der neue Best Supermarket. Ein großes Gebäude, noch im Bau. Ich habe versucht, aus den Bauarbeitern, die hier ein bisschen Siesta machen gerade, mal rauszukitzeln, wann es dann fertig sein soll. Aber, naja, wenn man nicht Thai spricht und die kein Englisch, kommt man nicht so sehr weit. Aber ich bin mir sicher, in diesem Jahr wird das noch, so wie es aussieht. Hier direkt auch gegenüber der Tankstelle da drüben. Da entsteht der neue Best Supermarkt. Quasi auch auf alten Pfaden hier. Einmal auf den alten Pfaden, was wird aus den Dingen dort? Nähe des Kreisels. Und was ist denn aus dem ehemaligen Loma Night Market geworden? Alles, alles in einem gibt es nun diese Antwort. Best Supermarket, demnächst. Ander Pataya Nuhr Rot. In der Nähe der Zoll 27 schräg gegenüber. Und damit sage ich Bye Bye und eine schöne Woche euch allen, wo immer ihr auch seid.